Ja, darum habe ich auch gestern zu Charlie gesagt, dieser November, der kann uns täuschen. Schauen Sie, Niederwärme im November. Es ist eine trügerische Wärme. So hat uns die Zeit gefressen, ja? Ja. Ham, ham. Sie schluckte uns in Stücken. Ham, ham. Was hast du es deinem Leben gemacht? Treten Sie Alex nicht auf die Füße, Herr Kampbeißen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Zuerst hat die Zeit mein Herz gefressen. So hat sie den Rachen aufgesperrt. Ham. Hat sie dich jemals so geliebt wie ich? Helena, die Liebe stand nicht so im Vordergrund. Du hast viel versäumt, Anja. Statt, ich werde kommen. Du bist verrückt. Statt, ich werde kommen. Wir können endlich fort von hier. Wow. Ganz großartig. Ich bin der Teufel in Menschengestalt. Was? Ich bin ein Feigling, ein Verräter, ein Hundesohn, oder wie? Ich werde nicht nach Amerika gehen. Aber willst du, dass wir in dieser elenden Kneipe, in diesem elenden Kaff bleiben, bis wir keine... Wenn du in der Feuerstelle wimmst, bleibt nur noch Asche übrig. Nebel und Asche. Alex! 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 Hörst du das Echo? Ich würde... Ich würde...